...Zuspiel zwischen Westen DSV, 1935 Wernensburg. Herzlichen Glückwunsch, ein sehr klaren Sieg noch. Ja, ich würde dann ein kurzes Wettbewerb bitte im Zuspiel, in das erwartete Spiel. Erstmal schönen guten Abend zusammen. Schön zum ersten Mal hier. Wer hat's gefallen, muss ich sagen. Ist der britischer Platz? Ne, meine ich ernst. Also macht Spaß hier. Ich glaube, auch die Atmosphäre war eine tolle. Ich glaube, viele Zuschauer, die auch auf ihre Kosten gekommen sind. Also ich komme gerne nochmal wieder zum Spiel. Wir wussten, was uns erwartet. Respekt an den Gegnern, die auch bis zum Ende. Es ist nicht immer so, dass der Mannschaft dann auch bis zum Ende versucht, noch nach vorne zu spielen und eigene Chancen zu kreieren. Und hat dann auch in der 85. war eine riesen Chance dann. Ich bin natürlich froh, dass wir wieder zu Null gespielt haben. Auf der anderen Seite hätte ich es heute verschmerzen können, wenn der Gegner einen Ehrenprefer erzielt hätte. Ja, ich glaube, die Jungs haben es klasse gemacht heute. Haben den Fight hier angenommen von der ersten Minute an. Haben die Kontrolle gehabt. Haben sich zahlreiche Chancen rausgespielt. Ich glaube, das ist auch 1-2 Standard-Situationen in der ersten Halbzeit, in der ganz Kirchen dann gefährlich wurde. Da hatten wir noch weitere Situationen, wo wir noch Tore hätten erzielen können. Aber ich bin froh, dass wir einerseits kein Gegenkork erzielt haben und andererseits, dass wir acht Tore erzielt haben. Dass, ich glaube, alle Offensivspieler getroffen haben. Tat ist auch mal gut, bin ich auch ehrlich. Auch den Jungs gut. Freut mich für die Jungs, nach drei Unentschieden auch mal wieder einen Sieg zu erlangen. Da ist es auch egal, ob der Gegner ein, zwei Klassen unter einem selbst spielt. Jeder Sieg tut gut. Ich glaube, das wird der Kollege bestätigen können. Und deswegen nehmen wir es mit. Wir wissen aber auch, dass es ein Pokalspiel war. Und dass uns am Samstag noch noch Aufgabe erwartet. Aber heute genießen wir einfach den Sieg auch mal, wie gesagt. Und ja, dann bereiten wir uns auch den Samstag vor. Aber ich wünsche euch alles Gute. Da passt eine toffe Jungs dabei. Eine gute Truppe. Die verstehen das. Das hat man schon gemerkt, dass das World ist. Ich wünsche euch für die Saison alles Gute. Viel Erfolg. Ja. Viel Spaß. Dankeschön. Sebastian. Da ist der Kür zum Spiegel. Ich hoffe, das wird nicht ganz so acht aus. Ja. Erstmal mit uns zum Weiterkommen an den Kollegen. Ich glaube, das war auch in der Höhe ein sehr guter Sieg. Jetzt kann man natürlich, ja, die Szene in der, ich glaube, 17. Minute, wo er aus vier Metern die Ecke oder Errei aus vier Metern daneben schießt. Ja, sehr schade. Das war auch in unserer Sicht, weil wir wussten, oder ich habe den Jungs gesagt, dass Wuppertal vor allem die ersten 15-20 Minuten richtig, richtig stark waren bis jetzt in der Liga, was ich gesehen habe. Ja, und da wollten wir unbedingt vermeiden, so ein Gegentor. Leider sind es uns das nicht gelungen haben. Relativ früh in der siebten Minute ist 1-0 gekommen. Da habe ich den Freischusswerfer das 2-0. Wie gesagt, dann hat man das Kopfball, die Kopfball, den wir nicht reinmachen. Ja. Und dann hat man einfach diesen Tempo-Unterschied gesehen. Ich sage den Jungs auch immer, dass du nicht entscheidend bist, ob du 58-mal oder 22-mal hochhalten kannst. Im Fußball hat fast alles mit Tempo zu tun. Und da waren wir heute einfach zwei Klassen schlechter. Das hat man klar gesehen. Deswegen Glückwunsch an den Kollegen, an die Mannschaft, sehr gute Jungs dabei. Und ja, ich hoffe für das Bergische Land, dass der Wuppertal ASV weiter vorne landet als einzelner Verein, der im Profi-Bereich steht. Und somit hier noch ein bisschen Freude bleibt. Weil wir gehen ja in die Situation. Und deswegen wünsche ich dem Baseball wirklich alles, alles Gute. Wir würden uns freuen, wenn wir nochmal gegen sie nächste Saison 2-0 Spiele machen könnten. Habe das vor zwei Jahren auch. Und wir haben immer gerne Gegner hier, die von oben kommen und dass die Jungs immer wieder mal sehen, wo ihre Grenzen sind. Und dem wurde das ganz klar aufgezeigt. Wir standen dann immer wieder zehn, zwölf Meter zu weit vorne. Und dadurch hatten sie immer wieder mit den Bällen den Gang dahinter. Und wir hatten ein einfaches Spiel. Haben das sehr gut gemacht. Deswegen geht es ab zu null völlig in Ordnung. Dankeschön. Danke Sebastian. Ja, jetzt noch an die pfledere Presse. Fragen an deinen Trainer. Sebastian, jetzt hast du gut was Essen hier gehabt. Oder hier als Fernes-Könchner, der Wuppertal ASV bietet eine Übersteigungsmöglichkeiten? Oder macht der Gezündung beim Pokal erstmal durch und wollen andere jetzt mal probieren? Ja, als Fußballer müssen natürlich immer das Höchste. Das heißt, wir wollen natürlich wieder den Pokal gewinnen. Aber ich sage es gerne nochmal für unsere Meisterschaft, die Meisterschaft komplett an erster Stelle. Die hat Priorität. Da wollen wir in der Klasse bleiben. Wie gesagt, die Jungs machen das wirklich gut. Und wir hätten gerne das spannender gemacht, muss ich echt sagen. Vor allen Dingen das Gegenteil der 45. Genau danach falle der Schiedsrichter ab. Hat uns sehr, sehr geärgert. Das 3-0 wäre jetzt gerne ein bisschen spannender gemacht, muss ich echt sagen. Aber ja, das passiert nun mal. Wie gesagt, ich betone das gerne noch einmal. Der Gegner war da einfach stärker heute. Hat das gut gemacht und selber für ihn gewonnen. Können wir noch weitere Fragen? Dann wurde wahrscheinlich alles gesagt, alles beantwortet. Okay, dann vielen Dank für Peter Kunde. Wir wünschen einen guten Tag nach Hause liegen. Wir kommen schon wieder gerne ins Altenstadion. Und jetzt freuen wir uns natürlich sehr viel Erfolg für die Meisterschaft. Und wie der Sebastian schon sagte, wenn es gut nach oben geht, haben wir auch ein Zettel. Danke. Danke. Danke.